Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen Video setzen wir Home Assistant auf einen Raspberry Pi 4 auf. Anschließend installieren wir ESB Home über ein Edon. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch heute und danach bin ich sicher, jeder kann das. Um Home Assistant installieren zu können, benötigen wir eine Software. Und diese Software nennt sich Balena Edger. Den Link zu dieser Webseite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach einem kurzen Moment ist der Download abgeschlossen und wir können die Software installieren. Am Mac ziehen wir einfach die Edger Datei in unseren Application Ordner und schon startet die Installation. der Software. Als nächstes gehen wir auf die Webseite von Home Assistant. Wir klicken auf Installation und finden dort eine Übersicht verschiedener Microcontroller. Wir klicken auf Raspberry Pi und scrollen etwas nach unten. Den Link dazu findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Unter Punkt 4 finden wir Links für die unterschiedlichen Raspberry Pis. Wir verwenden hier den Pi 4 und das 64-Bit Operating System. Wir klicken auf Copy und öffnen unsere Edger Software. Dort klicken wir auf Flash from Udl und fügen unseren Download-Link hinzu. Danach drücken wir auf OK. Jetzt können wir unsere Micro SD-Karte einstecken und im Edger drücken wir auf Select Target und wählen die SD-Karte an. Mit Drücken auf Flash starten wir den Installationsvorgang. Die Installation dauert jetzt ein paar Minuten und wenn sie abgeschlossen ist, können wir unsere Micro SD-Karte auswerfen. Um Home Assistant mit Wi-Fi verbinden zu können, benötigen wir noch einen USB-Stick. Diesen USB-Stick benennen wir Config. Darin erstellen wir einen Ordner mit dem Namen Network, alles kleingeschrieben. Als nächstes erstellen wir eine Textdatei mit dem Namen My-Network. Den Inhalt dieser Textdatei, den könnt ihr auf der Webseite von edis-techleb rauskopieren. Ihr findet es im Menüpunkt Home Assistant und dort auf Home Assistant installieren. Dort ist die Vorgehensweise zum Installieren von Home Assistant noch einmal aufgeschrieben und ihr könnt es euch in Ruhe durchlesen. Wenn ihr etwas runterscrollt, dort findet ihr für My-Network-Text den Code, den ihr einfach rauskopieren könnt. Was ihr hier anpassen müsst, das ist die UU-ID. Wo ihr die herbekommt, zeige ich euch gleich eure Wi-Fi-SSID und Wi-Fi-Passwort. Unter IPv4 könnt ihr eure gewünschte IP-Adresse für Home Assistant eingeben. Wenn euch das Thema ESB Home interessiert und ihr edis-techleb unterstützen wollt, dann könnt ihr das dazugehörige Buch ESB Home erwerben. Dort ist genau beschrieben, wie wir in ESB Home Sensoren und LEDs einbinden können. Wenn ihr Interesse an allen Projekten habt, dann kann ich euch das Buch edis-techleb Early Bird ans Herz legen. Es ist mittlerweile über 250 Seiten groß und wächst Monat für Monat und wer es jetzt kauft, der kann Geld sparen. Durch den erweiterten Inhalt wird der Preis Monat für Monat steigen, aber wer es jetzt schon kauft, bekommt alle zukünftigen Updates gratis dazu. Aber machen wir weiter und jetzt zeige ich euch, wo ihr die UUID herbekommt. Dazu gehen wir auf die Webseite von uuidgenerator.net und hier könnt ihr mit Refresh einen Code generieren und mit Copy kopieren und in das Textfile reinkopieren. Die Textdatei speichern und dann in den Network Ordner reinkopieren. Das war es schon. Jetzt noch die Config auswerfen und die Micro SD Karte und den USB Stick aus unserem Computer entfernen. Anschließend können wir unsere Micro SD Karte in den Raspberry Pi stecken. Dann noch den USB Stick mit den Wi-Fi Zugangsdaten reinstecken. USB-C für die Stromversorgung vom Raspberry Pi und schon startet er hoch. Nach ein paar Minuten können wir in unserem Browser homeassistent.local.8123 als Board eingeben. Wir sehen, dass die Installation noch bis zu 20 Minuten dauern kann. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sehen wir einen Anmeldebildschirm. Dort vergeben wir einen Namen und ein Passwort. Danach drücken wir auf Create Account. Wir können einen Namen vergeben für unsere Home Assistant Installation. Ich belasse es aber hier mit Home. Noch eine kurze Kontrolle, ob das metrische System eingestellt ist und danach können wir mit Next auf die nächste Seite klicken. Hier wird eine Liste gezeigt von allen Geräten, die Home Assistant gefunden hat. Die binden wir aber jetzt nicht ein, sondern wir kümmern uns um das ESB Home und klicken auf Finish. Bei mir ist der Browser auf Englisch eingestellt, aber die Sprache können wir ändern, wenn ihr auf euren Benutzernamen geht und dann bei Language können wir Deutsch auswählen. Als nächstes installieren wir Addons und zwar gehen wir dazu auf Supervisor und oben sehen wir den Addons Shop. Starten wir mit dem File Editor, wir klicken hier einfach auf Installieren und warten ein wenig. Wenn ihr mehr über Addons erfahren wollt und wie man die installiert und welche es gibt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung ein Video dazu, wo es ausschließlich um das Installieren von Addons geht. Wenn die Installation abgeschlossen ist, drücken wir noch den Watchdog und in der Seitenleiste Anzeigen. Mit Start können wir den File Editor starten. Wir gehen wieder zurück zum Addons Shop und suchen nach ESB Home. Auch hier ist das Vorgehen wieder dasselbe. Wir drücken einfach auf Installieren. Um die Installationsdauer zu verkürzen, könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren. Ich habe nachgesehen, es sind nur 15% meiner Zuschauer Kanalabonnenten. Also drückt Abonnieren, es ist kostenlos und dann seid ihr in der Edis TechLab Community. Und wenn ihr schon dabei seid, über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch sehr. Nachdem der Download abgeschlossen ist, können wir auch hier wieder den Watchdog drücken und das In der Seitenleiste anzeigen. Jetzt können wir das ESB Home starten. Auf der linken Seite sehen wir im Menü ESB Home und mit einem Klick darauf öffnet sich die Seite. Wir haben es geschafft. Home Assistant und ESB Home ist installiert und bereit für den Einsatz. Wie man damit jetzt Sensoren und die LED Streifen einbindet, das zeige ich euch nächste Woche. Ich hoffe ihr hattet Spaß an diesem Video und wir sehen uns nächsten Samstag, wenn wir in ESB Home die ersten Sensoren einbinden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Edis TechLab.